Guten Morgen, Gottes Sein, ich wünsche dir ein schönes Dach. An der Bibelverschrift von der Fingwe in Epheser 2 Verschrift 8 Die sind durch Gott, sie nicht nur die Rat, willst du die Gläuwen, du hast nicht durchgültigen Worten, du hast ein Geschenk von Gott, du hast nicht mit Worten, so die Töne, die sich aufs Exalz zu löwen. Ein alter Mission war die Schrift von, wo er mal ein nater Junge gefragt hat, das ist die Rat, und sie not wird wie warst, die Rat von Wort, und das ist für das nater Junge und wirklich, muss ich auch nur denken, über was die Frau wirklich bedient wird, und von was wir wirklich geraten sind. Das Junge Mond, die hat sich nicht überlegt, wo wir damit diese Frau amtugun. Viele von uns kennen diese Verschrift in Epheser 2 Verschrift 8 von Worten notwendig, wie weiten dort die Ratung recht im Glauben kennt, aber weil wir uns mal wirklich freuen, von was wir wirklich geraten. Denk je, weil ich mal die Wege in der Ache immer noch. Dort ist wichtig, dass wir weiten, von was erhören uns auf Lust gekauft. Fuhre, lüte uns aber, dass wir von der Ausführerin nur denken, und dass wir möchten überdenken, wo wir wirklich sein, von Lust geraten werden, was die dort wirklich gekostet hat. In Jesus' Namen. Amen.